Elektromagneten festmachen! Ryder, ich habe mich drangehängt! Gut gemacht. Und jetzt bremst ihn ab. Ryder, ich bin in Position. Aber wie komme ich an Bord? Los, komm, Rocky! Selbstfahrmodus. Ryder, der Zug ist schon fast an der Kurve. Ihr müsst ihn anhalten. Danke, Sky. Wir sind schon dabei. Da ist die Bremse. Gut gemacht, Rocky. Und jetzt sehen wir mal nach, wo die Fahrgäste sind. Also, es sind eindeutig Leute im Zug gewesen. Hier sind Fahrkarten, ein Buch und einen Picknickkorb gibt es auch. Aber wohin sind sie verschwunden? Ich glaube, das bekommen wir raus, wenn wir die Zugfahrt zurückverfolgen. Es geht los. Löse die Bremsen. Greifer! Ich wusste doch, dass wir uns auf die Paw Patrol verlassen können. Hallo alle zusammen. Rocky und ich wollen die Fahrgäste suchen. Wir sind bald zurück. Na sowas. Sie fahren wieder zur Wirbelstaubschlucht. Hm, ich drück ihnen die Daumen. Ich suche aus der Luft nach den vermissten Fahrgästen. Und, hast du schon was entdeckt? Ja, da vorne ist etwas. Oh, sind es die Staubverwirbler? Hm. Hier liegen eine Decke und Bücher. Also war jemand hier. Ryder, weißt du noch, im Zug hat auch ein Korb gestanden. Mit einer Decke und Büchern. Vielleicht haben die Fahrgäste für ein Picknick angehalten. Und dann sind die Staubverwirbler gekommen. Robohund, bring uns zu diesem Platz schnell. Wir sind auf dem Weg, Sky. Ryder, hörst du das heulen? Die Staubverwirbler kommen! Oh nein, sie haben Sky! Nichts passiert. Da sind die Staubverwirbler. Sind es Monster? Sehen sie aus wie Aliens? Oder wie Gespenster? Weder das eine noch das andere. Es sind Windhosen. Kleine wirbelnde Staubstürme. Windhosen? Das ist ja gar nicht so unheimlich. Aber sie sind ganz schön wild. Ryder, hier steht eine kleine Hütte. Ich seh sie mir mal an. Ich hab die Fahrgäste gefunden. Sie sind in der Hütte. Oh, aber die Staubverwirbler haben überall eine Menge Steine verteilt, die den Weg zur Hütte versperren. Verstanden, Sky. Ich glaube, alle sind sicherer an Bord des Pawpatrollers. Wow! Diese Wirbelwinde sind wirklich stark. Glücklicherweise sind wir schon fast an der Hütte. Rubble, wenn wir dort angekommen sind, fährst du los und schiebst die Felsbrocken aus dem Weg, damit wir die Fahrgäste sicher an Bord des Pawpatrollers bringen können. Ich bin unterwegs! Staubverwirbler, ich habe keine Angst mehr vor euch! Hallo, Leute! Alles wird gut! Haltet durch! Hallo! Schön, dich zu sehen! Danke! Wow! Das war knapp! So, fast geschafft! Oh, nein! Passt auf! Das war gerade noch rechtzeitig! Es geht los! Beeilung! Wir müssen hier schnell weg! Wir haben genügend Platz. Wir nehmen sie alle mit! Ja! Ihr seid unsere Rettung! Okay, das waren alle! Wir sind vollzählig! Robohund, dann wollen wir mal loslegen! Du kannst Gas geben!